Matthias Knabe war 23, als er 1992 in Gifhorn getötet wurde. Alexander Selchow wurde 1991 mit 21 Jahren in Roosdorf erstochen. Sie sind nur zwei von mindestens acht Menschen, die seit 1990 in Niedersachsen mutmaßlich Opfer rechter Gewalt wurden, aber nicht so benannt werden. Friederike Warnsing hat die Ausstellung Erinnern heißt Kämpfen zwischen Anerkennen und Vergessen entwickelt, auch um den Opfern ein Gesicht zu geben. Es geht natürlich auch um den gesellschaftlichen Kontext der Taten. Die Menschen wurden nicht wahllos ermordet, sondern weil sie bestimmten Gruppen zugeordnet wurden, die in rechter Ideologie als Feinde, als unwertes Leben markiert werden und als solche verfolgt und auch zum Teil vernichtet und ermordet werden. Die Ausstellungsmacher fordern, die Delikte als rechte Gewalt einzustufen. Sie haben für die Ausstellung auf Recherchen von Zeit Online und Tagesspiegel aber auch auf antifaschistische Quellen und Zeitzeugeninterviews zurückgegriffen. Der Historiker und Politikwissenschaftler Christoph Kopke hat bei der Konzeption beraten. Er sieht ein Problem bei der Einstufung von politischen Taten, die sich erst seit 2001 nach einem bundeseinheitlichen System richtet. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Gründe, die hier anzuführen sind. Zunächst gibt es andere Perspektiven aus Zivilgesellschaft wie aus Polizei und Justiz auf bestimmte Fälle. Es werden Motive unterschiedlich gewertet. Wir haben oftmals komplizierte Tatgeschehen, wo man nicht so einfach auf den ersten Blick oder auch manchmal auf mehrere Blicke nicht sagen kann, was war jetzt tatsächlich handlungsleitend, wie weit spielt die rechtsradikale Gesinnung beispielsweise des Täters tatsächlich eine Rolle. Auch im Fall des getöteten 15-jährigen Arkan gibt es unterschiedliche Einschätzungen über das Tatmotiv. Der Sohn von Kuchakidir wurde vor drei Jahren in Zelle erstochen. Der Fall ist nicht Teil der Ausstellung. Aber die Jesidin sieht auch nach dem rechtskräftigen Urteil politische Tatmotive. Es wurde gesagt, der Täter hatte kein rassistisches Motiv. Er kannte meinen Sohn nicht. Er wurde ermordet, weil er dunkle Haare hatte. Die Ausstellung Erinnern heißt Kämpfen ist noch bis zum 10. März im Pavillon in Hannover zu sehen und gedenkt Opfern rechter Gewalt wie Alexander Selchow und Matthias Knabe.